Auch diese Woche gibt es natürlich wieder Livestreams auf Twitch. Und damit ihr die wichtigsten Termine der Woche nicht verpasst, wenn eure App mal spinnt oder ihr sonst nicht angezeigt bekommt, wenn ich mit German Dota live bin, hier nochmal im Voraus der Plan für diese Woche. Jetzt geht's gleich los, 20.30 Uhr, soweit ich das Video hochgeladen habe, mit Dota 2. Morgen am Feiertag starten wir schon um 15 Uhr, genauso wie am Samstag und Sonntag jeweils ordentlich langer Dota-Nachmittag und Dota-Abend. Und am Freitag ab 18 Uhr jeweils bis 0 Uhr. Also genug Dota 2 die Woche. Und ich habe gerade Gaben gefragt, habe ihn angerufen und habe gefragt, wie das aussieht so mit den Teams und den Spielen. Er hat gesagt, nur geile Teams, nur Superspiele, alles vom Feinsten. Und wenn Gaben das sagt, wird das ja wohl stimmen. Wir können uns also auf fantastische Spiele freuen, es wird alles super. Schaltet auf jeden Fall ein, ich freue mich auf euch, bis dann.